heute was geht ab leute hong hier und raiquaza ist da oder zumindest fast da gestern wurde es angekündigt dann checkt das andere video von mir link unten in der beschreibung da wurde alles erklärt raiquaza da neue pokemon sechs stunden lockmodule neue boxen event und dies das auf jeden fall dachte man gestern noch dass heute bereits der quasi da ist ihr wisst zeitverschiebung wie ist das heute ist er noch nicht da aber wahrscheinlich morgen und heute abend kommt dann die neuen pokemon so wie immer 21 22 und dann ab morgen müsste raiquaza da sein und wie immer zu einem neuen red boss zu einem neuen legendären paar fakten paar infos wie viel wp hat 100 prozent und gute konter so wie immer halt so wo fangen wir an also der quasi ist luft und drache interessant ist drache immer gut manche haben noch nicht mal die drachenmedaille voll eine der schwierigsten eigentlich das heißt paar leute haben nicht mal diesen fangen bonus der medaille aber für alle die die medaille noch nicht haben können die medaille damit der quasi erfüllen ist auch ganz witzig und luft pokémon gibt es eigentlich bisher keine so guten das heißt ein rei quasi mit zwei luftattacken ist eigentlich gar nicht so schlecht oder flug kalt deswegen kommen wir direkt zu den attacken sofort attacken kann er luft schnitt was flug ist und drachengute was der drache ist und ladeattacken gut anfall drache er war es was flug ist und dann antik was gestein ist also das kann man komplett vergessen also kann man sich entweder ein flug flug bei quasi machen oder ein drache drache wobei drachen jetzt dann halt kann man eigentlich immer noch besser sein müsste und dann kommt guter lander raus was ungefähr auf dem selben level ist weil bei quasi wurde ja krass genervt gehen wir zu den werten von wer quasi angefangen noch top sogar höher als dran und untereinander mit 284 aber verteidigung ist halt ziemlich low nur 170 was für uns beim reden aber eigentlich ganz gut ist weil dadurch braucht man nicht mehr so viele leute also zu dritt soll man den auf jeden fall schaffen genauso wie die legendären vögel und man munkelt auch zu zweit aber das werden wir sehen meine befürchtung ist halt weil dazu kommen wir jetzt an der nächste punkt gute konter gegen ihn sind zum beispiel eispokémon und da haben halt echt nicht so viele leute inklusive mir gute eispokémon also die konter am besten ist halt eis war eis gut gegen drache ist und gut gegen flug und ich glaube ich mache als nächstes dann die nächste top liste top 5 eispokémon weil das echt interessant ist so spontan fällt mir natürlich ein aktors labgas gusana kaife dieser neue da war reiser und dieser eine kopf damit den spitzen der sich von schnipp geentwickelt kioge mit blizzard zum beispiel auch das sind so die typischen eispokémon auftaus dann gibt es natürlich halt drache der drache ist gut gegen drache da gibt es am jahr dran und dann bald auch guter lander also das problem ist halt weil quasi dann auch effektiv gegen uns dann ansonsten gestein ist auch gut gegen flug halt und das hat das da und gehofft gut genau wie bei den vögeln mit steinkante gehofft noch besser weil er steinwurf auch noch kann und fast sein wird quasi mit flugattacken das ist noch besser also gehofft und das butter weil die resistent sind gegen die flugattacken ich muss mir manchmal noch mal genauer anschauen weil ich habe echt keine guten eispokémon ab das habe ich leider keinen guten da muss ich noch mal genauer nachschauen was habe ich zu 98 aber labas ist nicht so ein guter angreifer gusana leider nichts gutes könnte ich mir jetzt machen kann man schon mal investieren ein bisschen mit staub und bonbons weil da klingt auch noch eine weiterentwicklung in den vier aus das ist ein verteidiger mit dem greift man echt nicht an war geiser könnte ich mir vielleicht dann machen aber seiner tag ist auch nicht so das wagen haben sechs gehofft das müsste eigentlich reichen und dann mal schauen macht mir ein zwei eispokémon schreibt unten in die kompte ob ihr schon gute konter gegen quasi habt oder für quasi wie man sagt jetzt kommen wir zu dem wichtigsten natürlich wie 100 prozent level 20 20 83 2003 hatte dein auge drauf ich weiß erster tag es ging wieder paar welche und die sparen mich da wieder voll ich gönne euch 100 prozent level 25 wetterbonus wetterbonus bei wind weil der flug und drache ist 2604 2 604 anhand der wb kann man schon direkt sehen wie viel schwächer ist als zum beispiel georgia und boden die haben bei 100 prozent 2328 das sind um die 250 wp mehr das schon krass ansonsten war es eigentlich auch schon wieder das waren so alle infos rund umgleich quasi ich hoffe ich konnte euch weiterhelfen damit ihr bereit seid direkt morgen früh samstagmorgen aufstehen gleich quasi reden genauso werde ich machen heute kein red damit ich morgen zwei feier für gleich quasi und dann werdet ihr das natürlich auch im video sehen aber das war's von mir ich habe nach unten rein wie ihr gleich quasi findet ich habe gehört dass einer der lieblings pokémon von vielen und ansonsten wir mal liken subscribe kommentieren check die anderen wie es ab folgt mir auf instagram facebook und twitter check den shop ab vergesst nicht pokémon ist dieses business